So, so, du bist dir also sicher irgendetwas mit Informatik studieren zu wollen, doch du weißt noch nicht genau, welche Geschmacksrichtung es am Ende sein darf? Du schwankst zwischen reiner Informatik und Medieninformatik? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Wir gehen nämlich gemeinsam der Frage nach, welcher der beiden Studiengänge für wen geeignet ist und worin sie sich voneinander unterscheiden. Zum Informatikstudium habe ich bereits ein Video erstellt. Link unten in der Videobeschreibung. Deshalb werde ich jetzt nicht mehr so genau auf die Einzelheiten des Informatikstudiums eingehen und sie nur an den entsprechenden Stellen benennen. Bevor wir tiefer in die Inhalte des Medieninformatikstudiums eintauchen, möchte ich direkt mit einem Mythos aufräumen, der sich um dieses Studium rankt, nämlich dass der Mathe-Einteil kleiner als im reinen Informatikstudium sein soll. Das ist keineswegs der Fall. Das verrät einem schon ein Blick in die Studienpläne verschiedener Hochschulen, die das Studium der Medieninformatik anbieten. Dort finden sich ebenfalls Inhalte wie Analyse, lineare Algebra und Statistik. Auch sehr mathematisch angehauchte Module aus dem Bereich der Informatik, wie etwa theoretische Informatik oder Algorithmen und Datenstrukturen, sind von den Inhalten und dem Umfang her äquivalent zu einem reinen Informatikstudium. An vielen Hochschulen ist das Grundstudium der Medien- und reinen Informatik mehr oder weniger identisch. Woran liegt das? Nun, ein Informatiker muss abstrakt denken können und Problemlösungskompetenzen aufbauen. Dafür sind die Mathematikfächer einfach unabdingbar. Während man im reinen Informatikstudium die konkreten mathematischen Inhalte oft nicht braucht, sondern hier die Abstraktionsfähigkeit im Vordergrund steht, sind viele Fachkenntnisse aus den Mathematikfächern bei den Medieninformatikern auch im späteren Berufsleben relevant. Das liegt vor allem daran, dass man sich mit VR- bzw. AR-Technologien oder 3D-Simulationen beschäftigt, wofür insbesondere Kenntnisse aus der linearen Algebra im dreidimensionalen Anschauungsraum relevant sind. Drehmatrizen und Eigenvektoren sind nur zwei von vielen Begriffen, die man sicher beherrschen und anwenden können muss. Außerdem verschafft einem ein gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen viele Vorteile bei der Modellierung von Objekten, die in multimedialen Anwendungen miteinander interagieren. Der gesamte Bereich der Computergrafik- und Bildverarbeitung ist mehr oder weniger eine einzige Anwendung der linearen Algebra. Jeder Bildfilter kann als eine Verkettung von Matrizenoperationen beschrieben werden. Auch wenn es den Anschein erweckt, dass lineare Algebra das einzig relevante Gebiet der Medieninformatik-Mathematik ist, so kann ich dir sagen, dass du auch um Fourier-Transformationen nicht herumkommst, wie die fortgeschrittene Kenntnisse in der komplexen Analysis vonnöten sind. Du siehst also, Mathematik spielt in der Medieninformatik eine große Rolle und wenn deine Motivation für dieses Fach vor allem daran begründet liegt, dass du um die Mathematik aus dem reinen Informatikstudium herumkommen willst, dann solltest du deine Wahl unbedingt überdenken. Jetzt, da wir mit diesem Vorurteil gegenüber dem Medieninformatikstudium aufgeräumt haben, werden wir, sofern du immer noch mit dem Gedanken spielst, Medieninformatik zu studieren, auf die Aspekte zu sprechen kommen, die sich von einem klassischen Informatikstudium unterscheiden. Da wäre zum einen der Fokus auf dem Bereich Mensch-Computer-Interaktion. Es reicht nicht aus, dass eine bestimmte Technologie einfach nur funktioniert, sondern es kommt auch stark darauf an, wie man mit ihr interagieren kann. Der Bereich Mensch-Computer-Interaktion beschäftigt sich mit der benutzer- und kontextgerechten Gestaltung von IT-Systemen. Es macht einen großen Unterschied, wer ein IT-System üblicherweise benutzt. Ein 30-Jähriger wird mit einer Standard-Bedienoberfläche, wie er sie zum Beispiel von Windows kennt, besser zurechtkommen als ein 70-Jähriger. Auch der Kontext, in dem ein IT-System verwendet wird, ist entscheidend. Eine Anwendung oder ein System, das im Krankenhausbetrieb von Pflegekräften benutzt wird, muss andere Herausforderungen meistern als eine App, die man im öffentlichen Nahverkehr verwendet. Hierbei spielen auch Aspekte aus der Psychologie und der Soziologie eine wichtige Rolle, da der Mensch in den Mittelpunkt der Interaktionsgestaltung gestellt wird. Designtheorien sind ebenfalls mit einzubeziehen. Die sogenannte Usability ist ein Optimierungskriterium, die in einer möglichst optimalen Nutzungszufriedenheit münden sollte. Fächer wie Physik und Robotik kommen zwar ebenfalls im Studium vor, doch sind weitaus weniger gewichtet als in einem Studium der angewandten Informatik. Dafür gibt es in der Medieninformatik mehr Medienfächer, wie etwa Medientechnik, Digitale Medien oder Medienwirtschaft. Gepaart wird dies, wie bereits erwähnt, mit Fächern aus der Psychologie und Soziologie. Wegen des hohen Anteils kreativer Fächer bezeichnen einige diesen Studiengang spöttisch als Mädcheninformatik. Das ist aber in keiner Weise zutreffend, weil Frauen und Männer sowohl für die reine Informatik als auch die Medieninformatik gleichermaßen gut geeignet sind. Es kann natürlich sein, dass die Interessensverteilung etwas unterschiedlich ist, da vom Niveau her sind alle Informatikstudiengänge auf ihre Weise gleichermaßen herausfordernd und völlig unabhängig vom Geschlecht zu betrachten, mal ganz davon abgesehen, dass sich der Mathe-Anteil kaum unterscheidet. Auch wenn bei einigen die Befürchtung vorherrscht, dass man in Medieninformatik zu viel gestalten und dafür zu wenig programmieren würde, so kann ich dir sagen, dass das nicht der Fall ist. Wie die Mathematik zählt auch die Programmierung zum Grundwerkzeug eines jeden Informatikers, weshalb auch Medieninformatiker einen großen Teil ihres Studiums mit dem Schreiben von Codezeilen verbringen. In AR- bzw. VR-Anwendungen und Computerspielen steckt viel Programmierung, weshalb es natürlich wichtig ist, in diesem Bereich eine Menge Wissen aufzubauen. Wie sehen die späteren beruflichen Betätigungsfelder aus? Als Medieninformatiker kann man beispielsweise in der Unterhaltungsindustrie Fuß fassen und an neuen Technologien mitarbeiten, die in einigen Jahren potenziell den Weg in unsere Wohnzimmer finden werden. Das reicht von neuen Konsolengenerationen über Bildschirmtechnologien bis hin zu neuartigen Haushaltsgeräten. Selbstverständlich stehen einem auch in der Entwicklung von Webseiten oder Videospielen alle Türen offen. Durch den hohen Anteil an Medienfächern wird man Medieninformatiker hier vermutlich vor allem im Frontend finden, doch durch die erworbenen Programmierkenntnisse kann man auch mühelos im Backend arbeiten. Einen Job in der Kreativbranche zu finden, stellt durch die im Studium erworbenen Kenntnisse in der Mediengestaltung ebenfalls kein Problem dar. Ob du Medieninformatiker an einer Uni oder FH studieren solltest, hängt ganz davon ab, ob du schnell in die Praxis einsteigen oder vielleicht lieber in der Forschung tätig werden willst. Wenn dein Fokus auf der späteren Arbeit im Unternehmen liegt, kann ich das Studium an einer FH empfehlen, wenn man im Forschungsumfeld um einen universitären Abschluss oft nicht herumkommt. Auch in den Gehältern können sich die beiden Abschlussformen unterscheiden, doch im öffentlichen Dienst wird dabei zum Beispiel kein Unterschied gemacht. Ich persönlich halte es auch nicht für sinnvoll, einen Uni-Absolventen mehr zu bezahlen als einem FHler, es sei denn, der Fokus der Arbeit ist forschungsorientiert. Unternehmen, die ein Zwei-Abschluss-System pflegen, solltest du in meinen Augen meiden. Bei den Einstiegsgehältern ist zu beobachten, dass Medieninformatiker durchschnittlich etwas weniger als Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker verdienen. Das hängt aber auch stark davon ab, in welchem Bereich man anfängt. Jobs im Bereich der Mediengestaltung oder allgemein der Kreativbranche sind aber oft etwas schlechter bezahlt als klassische Entwicklertätigkeiten, was das Einstiegsgehalt im Durchschnitt etwas schmälert. Auch die Gehaltsentwicklung hängt stark von der jeweiligen Branche, in der man tätig ist, dem Bundesland und vielen weiteren gehaltsbeeinflussenden Faktoren ab. Durchschnittlich können Medieninformatiker mit einem Einstiegsgehalt um 3.500 Euro brutto rechnen. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren posten. Bis zum nächsten Video.